Entlassen worden? Dein Vater? Deine Mutter? Beide? Herzliches Beileid und willkommen im Club! In welchem Club? Ich sitze in der Scheiße-Club. So, klasse! Und jetzt unsere Klassenfahrt nach Berchtesgaden! Die Juliette und die ganzen anderen Kinder, die freuen sich schon so sehr auf die Berge und jetzt wird diskutiert, ob die ganze Klasse nicht schwert, nur weil zwei es nicht bezahlen können. Wir dürfen nicht mit nach Berchtesgaden? Ich hab einen Plan! Zu Fuß nach Berchtesgaden? Nein! Ich bin Sammy aus dem Wohnblock und ich schwöre, dass ich in der Schule schweige! Schweiger! Wutschweiger! Was soll es sein, ein Wutschweiger? Wir spielen! Eine Woche! Zwei Wochen! Drei Wochen! Vier Wochen! Einen ganzen Monat! Sie kriegten nichts aus uns aus! Nichts! Klasse! Los arbeiten. Ich koze! Gassen! Jetzt wird es von dem Wohnzort! Haskell Wanken!